Willkommen zum Video vom Automagazin TuningBlog zum brandneuen Porsche 911 Carrera T des Modelljahres 2025. Bevor wir tiefer in die Details dieses besonderen Fahrzeugs eintauchen, denkt daran, ein Abo dazu lassen, um keine spannenden Inhalte rund um die neuesten Autos zu verpassen. Der Porsche 911 Carrera T ist zurück und kommt in einer Form, die Puristen das Herz höher schlagen lässt. Er ist der leichteste und sportlichste Carrera seiner Klasse und erscheint in zwei Varianten, als Coupé und erstmals als Cabriolet. Dieses Modell steht für die Quintessenz des Porsche-Fahrerlebnisses und bringt mit seinem einzigartigen Design, seinem Schaltgetriebe und den fein abgestimmten Details eine beispiellose Dynamik auf die Straße. Der Antrieb des 911 Carrera T wird durch einen 3,0 Liter Biturbo Boxer Motor gewährleistet, der beeindruckende 388 PS, 290 Kilowatt und 450 Newtonmeter Drehmoment liefert. Die Kraft wird durch ein manuelles Sechsganggetriebe übertragen, dass Porsche-Liebhabern das ultimative Gefühl von Kontrolle und Präzision schenkt. Der Carrera T sprintet in nur 4,3 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer im Coupé und das Cabriolet schafft es in 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 295 Stundenkilometern für das Coupé und bei 293 Stundenkilometern für das Cabriolet. Ein Highlight ist der Schaltknauf aus offenporigem Walnussholz. Ein besonderes Detail, das den Charakter dieses Fahrzeugs unterstreicht und Sammler begeistern wird. Für das bestmögliche Fahrerlebnis ist der Porsche 911 Carrera T mit dem Sportchrono-Paket ausgestattet. Dieses ermöglicht dem Fahrer, per Drehung am Lenkradknopf zwischen vier Fahrmodi zu wählen. Normal, Sport, Sport Plus und Wett. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Anzahlanpassung beim Herunterschalten automatisch ausführen zu lassen, was ein sanftes und präzises Schalten garantiert. Die Abgasanlage ist sportlich abgestimmt und durch die reduzierte Schalldämmung wird das Klangbild noch kraftvoller wahrgenommen. Auch das Fahrwerk ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Das Porsche Active Suspension Management, PASM, senkt das Fahrzeug um 10 mm im Vergleich zum Standard Carrera und optimiert das Ansprechverhalten erheblich. Durch die Hinterachslenkung und die verbesserten Stabilisatoren vorn und hinten wird die Kurvenstabilität weiter verstärkt. Das mechanische Differenzial und das Porsche Torque Vectoring sorgen ebenfalls für zusätzliche Traktion in Kurven. Aerodynamische Feinschliffe tragen zusätzlich zur Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten bei. Eine leichte Konstruktion ist für das Carrera T-Modell von besonderer Bedeutung. Das Fahrzeug bringt nur 1504 kg auf die Waage und setzt auf Leichtbaumaterialien wie spezielles Leichtglas und reduzierte Schalldämmung. Optional lassen sich sogar noch leichtere Kohlefasersitze einbauen, die das Gewicht um weitere 10 kg verringern. Der 911 Carrera T fährt auf eindrucksvollen 20 Zoll Rädern vorn und 21 Zoll Rädern hinten, die für besten Grip und Stabilität sorgen. Ein Muss für das ultimative Sportwagenfeeling. Zu den besonderen optischen Details gehören Akzente in Vanadiumgrau an den Spiegeln, Emblemen und Felgen sowie eine schwarze Edelstahl-Abgasanlage, die einen sportlichen Touch verleiht. Im Innenraum setzt der Carrera T auf schlichte Eleganz und Komfort, kombiniert mit einem Hauch von Luxus. Die vanadiumgrauen Dekorelemente verleihen dem Cockpit eine stilvolle Note und die Aluminiumdetails runden den sportlichen Look ab. Die serienmäßigen beheizten Sportsitze in schwarz bieten hohen Komfort, während sich für noch individuellere Anpassungen 18-fach verstellbare Sitze oder das Interieurpaket mit Enzian-Blau-Details wählen lassen. Als charmantes Detail findet sich ein Schaltdiagramm auf dem Armaturenbrett. Eine kleine Erinnerung daran, was diesen Porsche ausmacht. Auch die Sitzwahl ist vielseitig. Vom klassischen Sporttextpolster bis hin zur luxuriösen Volllederausstattung ist alles möglich. Der Preis des Porsche 911 Carrera T startet bei rund 140.000 Euro für das Coupé und etwa 150.000 Euro für das Cabriolet, wobei zusätzliche Versand- und Bearbeitungskosten anfallen können. Es ist ab sofort bestellbar und die ersten Auslieferungen sind für den kommenden Sommer geplant. Mit dem 911 Carrera T bietet Porsche ein Erlebnis, das die jahrzehntelange Tradition von Exzellenz und Fahrspaß fortsetzt. Besonders die Wahl eines Schaltgetriebes unterstreicht, wie Porsche sich von vielen anderen Herstellern abhebt, die inzwischen fast ausschließlich auf Automatik setzen. Der Carrera T vereint das Beste aus Vergangenheit und Gegenwart. Für jeden Porsche-Enthusiasten ein echtes Muss. Denkt daran, ein Abo dazulassen, damit ihr keine Neuigkeiten zu diesem und weiteren Traumwagen verpasst. Ich selbst sage ein Abo dazulassen, damit ihr Auto kommt, was das Lichten von Papier, Deinze, derbald baut und sicherlich sein können. Werner T startet wurde. Keinemann zur Ausschraberung Wir haben gedacht, dass er ein Abo dazulassen wird. Per Kostizien auf die klaren Zeit verpasst. Bis zum nächsten Mal. Jeüs chiudemann Das ist eine Klavier- undprodukte-Weilersche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017